Dieses zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Langerwehe. Das im Jahr 1950 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Es hat eine Einbauküche. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 385 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 110 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 165.000 Euro. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020